Musik Ganz herzlich willkommen, wir sind bei der 22. Rocknacht im Palladium in Köln und heute seht ihr zwei Bands, The Futurehead aus England und eine der besten Livebands, die es auf diesem Planeten gibt, The Hives aus Schweden. Sie haben ein viertes Album dabei, The Black and White Album und da haben sie ganz schön rum experimentiert, haben mit verschiedenen Produzenten gearbeitet, unter anderem auch mit Pharrell Williams. Jeder, der Hip-Hop kennt, der kennt auch Pharrell Williams. Also von daher gibt es vielleicht auch etwas anderes als puren Punkrock. Hier sind für euch The Hives aus Schweden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020